Wenn der Imam im Gebet seine Gebetsforschung verliert, wie betet man dann weiter? Wenn der Imam im Gebet steht und er verliert seine Gebetsforschung, dann darf er das Gebet nicht weiterführen. Das Gebet ist aber in der Gesamtheit nicht ungültig geworden, sondern der Imam geht dann weg von seinem Platz und eine Person aus der ersten Reihe geht an den Platz des Imams und betet dort weiter das Gebet. Und deswegen sollten auch in der ersten Reihe Leute stehen, die Wissen haben über das Gebet und über den Fiqh, wie man richtig betet, was man bei Fehlern macht und so weiter. Ansonsten, wie wir vorhin gesehen haben, muss man dann von ganz hinten nach vorne, weil vorne es nicht gewusst wird. Und genauso auch in dieser Angelegenheit, wenn der Imam im Gebet seine Gebetsforschung verliert, er hat zum Beispiel Luft gelassen, dann darf er dieses Gebet nicht weiterführen. Wenn er das Gebet weiterführt, wird es ungültig. Aber was macht er? Er geht weg und eine Person aus der ersten Reihe, die weiß dann normalerweise schon, was Sache ist, geht nach vorne und führt das Gebet ganz normal weiter aus.